Ja, das hat alles super funktioniert. Kann man dir nur gratulieren. Da war wieder dieses komische Vieh. Zumindest habe ich das Geräusch gehört. Wir kommen aber auch näher zu den Viechern. Okay, ich bin ganz ruhig. Bixer. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. E��요? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alles klar, so Ne, ich nehm schon mal ne Schroppistole Ist eigentlich ganz nice Sind wir hier lang? Sieht nicht so, sieht nicht dann aus Und, okay Kapitel 23, Wiedervereinigung Holy shit, wir sind hier mitten in Action Oh Gott Oh, das tat bestimmt weh Holy shit Oh Gott Ja Oh Gott Oh Gott Oh Gott Okay, einmal zum Spaß. Hat auch nichts gebracht, also egal. Oh, du Pisser, Alter. Jungs, 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 ey. Ihr seid mir welche. Hinterhältige. Punkt, Punkt, Punkt. Geht wirklich schief. Okay, los. Wir bringen Sie heraus. Nein. Was machen wir? Haben Sie sie gefunden? Die Expedition. Ja, das habe ich. Verstehen Sie, was ich tun musste? Ja. Hätten Sie den Stein gefunden, wäre die Welt heute eine andere. Ruhig, ruhig. Er hat den Dolch. Ich weiß. Er ist zum Turm gegangen. Halten Sie ihn auf. Ganz ruhig. Nicht, nicht, nicht bewegen. Du, dieses Kloster birgt den geheimen Weg nach Shambhala. Holen Sie den Dolch zurück. Finden Sie den Weg. Und vernichten Sie den Stein, bevor er ihn findet. Drake, Sie müssen glauben. Wir können ihn nicht einfach hier lassen. Wir haben keine Wahl. Du hast es gehört. Glaubst du, dass das alles wirklich wahr ist? Ich weiß nicht. Aber er glaubte dran. Das reicht mir. Okay. Wir sollten uns trennen. Was? Hör zu. Ich kundschafte den geheimen Eingang aus und du gehst zum Turm und überlegst dir, wie du an den Dolch kommst. Ja, okay. Aber sei bloß vorsichtig und bleib in Funkkontakt. Ja, okay. Okay. Viel Glück. Ja, Schäfer ist jetzt leider tot. Äh, ist natürlich jetzt blöd. Aber, wir wollen... Äh, eigentlich nicht, aber... Dann gehen wir halt den gleichen Weg nochmal. Also, irgendwie ist es dunkler geworden. Oder... Meine Augen einfach schlechter. Oder die Umgebung hier ist auch einfach... Ich mach mal kurz mein Licht an. Ja. Tick besser auf jeden Fall. So, hier war Schäfer. Genau. Genau. Nice, den Schatz im Flug. So, und jetzt müssen wir hören. Mir reicht der schon. Der Turm. Der Turm. Ja Ja Whoa Und los geht's, komm, wette klettern Ja 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 Ja, was mach ich eigentlich Hm Ja 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 Ich bin verloren. Wo ist der hin? Wtf? Soll ich eigentlich woanders hingehen? Ja, schön. Ich bin verloren. Verdammt, worauf schießen sie? Ja, Lena. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Also, Lena war das nicht und das waren die Fische wieder. Also, die scheinen wohl nur eine tragendere Rolle zu haben. Wir ballern die jetzt mal ab. Oh, das wird dir weh tun. Oh, wie fühlt sich das an? Bis zum Teufel zu sehen. Oh Nice